Achja... Aufnahme läuft immer noch. Muss ich dann bei zwei Videos auch noch gucken, wo was... Wo ich was raus... äh... Was mit Biodi rausschneiden muss. Sofort eine Heilung mitnehmen. Baum... Baum... Ich weiß nicht ob es klappt nur mit Rüstung... Zu kämpfen... Also wirklich nur reine Rüstungsitems reinzunehmen. Die Baumstimme und Eicheln. Ich will keine drei Inventarplätze... Schilf... Ich... Zwei Schnecks... So, du, 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 wegwerfen, weg. Klingt hier uns an zuzuschleimen. So, du, 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 du So. Wir spielen wirklich jetzt mal bloß mit Rüstungsitems. Rüstung. Uh, gut, Foto-Untergang. Das Herz würde ich gerne noch, was bist du? Eine angrenzende Schlüssel. Deaktiviert für den Zug. Zweiten Block hinzu. Die Ausweichmaske ist auch gut. Halleluja. So. Ich krieg jetzt ein paar volles Brot aufs Maul. Nächste Runde nochmal. Oder auch nicht. Wir machen genau zehn. Wir kriegen insgesamt drei Schaden. Für dich brauche ich da oben Platz. Weißt du passt auch gar nicht so in unsere Rüstungsweine. Bei dem muss ich also auf die zweite Runde warten. Wenn er geladen hat. Wenn er geschossen hat. Ich bin Energie. 12. Block. Block. Nervinx. Guck mal, die Runde. Kein Schaden. Gott geht einem diese Challenge auf den Sack. Jede in diesem Kampf gespielte Schnitzerei. Doch, das nehmen wir mal mit. Jeden verklügt den Mana-Stein. Mana-Harz. Nee. Wir könnten ihn da hinlegen. Das Ding wäre dann so ultimativ der Bosskiller. Das war dumm. Was ist denn? 6 Schaden. 10. Und wie viel machst du jetzt? 13. Vielleicht habe ich die Maske noch nicht. Ich besitze ja den Froschhut noch nicht. Ich spiele auch gerade eine Krütze. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 8. so einen schaden sich mal wieder jetzt jede runde drei von diesen blöden box oder mehr und ich habe schon wieder nicht genug energie weil ich die die gesamte zeit für diese blöden gefahren raus ballern muss diese sind blöden frosch nur endlich loswerden wirklich genügend lockt zustande das heißt einmal ausweichen 21 block dazu und da da alles wegwerfen können wir nicht auch dieser kampf dauert ewig und kühlt ihn noch nicht mal wir sind den hinteren wir sind die hinteren nicht los weil wir keine energie haben ich weiß nicht wie lange wir jetzt schon in diesem blöden kampf sitzen fünf minuten für einen und währenddessen wäre die gegner auch wieder deutlich stärker könnte ich nicht mehr mehr Angritze, Waffe, Rücken, bla Erzring Noch eine Schnecke Oh, Eichel wegwerfen Zwölf Glock braucht man nicht, wir könnten Heilung benutzen Aber wieder relativ even Bringst du was Jeden Zug Brauchen Dinge, die wenn sie beschworen werden Dinger aushauen Ich bin genutzt Energie Schützeräubertverband Nein So Schützeräubertverband Die kriegen 4 Lebenspunkte Ne So Weg Eins Noch eins Heilen Die Bufferin muss weg Das nächste ist der hier hinten Natürlich überlebt sie es Die du machst du ein Weg Kommt Gib Gas Das Irgendwann müssen wir die doch jemals platt kriegen Begriffen Und wir schworen Ja damit Weg für die Begabung Ne Hey boy Wir werden das König Die Beklar Die 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 Wir sind nur auf Ebene 2 und brauchen schon wieder so ewig. Das ist nicht mal, weil ich lange überlege, sondern weil es einfach bloß Kacke ist, die hier kommt. Genutzt führt allen Gegnern vom Schaden die Schussung. Glocke. Halt! Nee! Bist. Ja, ja. Leben vergessen. Der böse Hahn. 10 Damage. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Wegwerfen. Mehr Rüstung. Geben. Mastrate zu 19. Wirf alles weg. Freischaden. Mal 21. Au. Hopp, 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 hopp. Wegwerfen kann ich leider nicht. Wir können uns schützen, wir können uns Leben geben, dann machen wir uns nächste Runde. Wenn deine Hand leer ist, ziehe eine neue Schnitzerei, das werden wir brauchen. Du bist zwar cool, aber mehr ziehen ist besser. Wir machen ja fast immer die Dings leer. Die Hand. Geht zu Parcel, geht zu Parcel, geht zu Parcel. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier drinnen? Rüstung. Kriege ich hier auch? Nein. Ich kann leider keine Schnitzereien zu Parcel geben. Nee. Aber wissen wir, äh, weiß ich, dass ich es auch endlich mache. Oh. Du gibst mich maximale HP. Okay. Der Sumpf will uns immer bloß vergiften. Abgeschlossen haben wir einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Dann hoffen wir mal, ob da was Gutes drin ist. Topf der Menge. Jeden Zug. Die eine Schnitzerei. Okay. Der klingt schön. Warte zeigen. Gehen wir mal rein. Eins, zwei, drei, vier. Fertig. Das heißt, wir ziehen jetzt eine Schnitzerei jedes Mal mehr, oder was? Buchkiste. Rüstung. Tolle Preise. Welch ein Spaß. Buckler. Kurzanleitung. Große Herzring. Rehebuch. Der große Herzring wäre es nicht. Hammwöl-T. Ja. Nehmen wir. Hier. Packen wir ein. Warte ich. Eben geht jetzt. Ach ne. Proben wir uns lieber. Ob das jetzt holt oder später holt, ist doch egal. Rüstung. Rüstung. Messer. Wegwerfen alles. Nochmal. Das läuft doch schon mal schöner. Wir könnten eigentlich quasi sogar noch einen weiteren Platz freimachen oder so. So. Stopp. Du gibst mir drei Rüstung. Der macht mir drei. Also hopp. Hopp. Sonst hätte ich jetzt Damage gekriegt, nur dadurch, dass ich ihn angegriffen hätte. Bäh. Bäh. Was auch wahrscheinlich bei ihm nicht schlecht ist, wäre doch wenn man auf Magie gehen würde. Wenn wir die Runde nicht schaffen, gehen wir nächste Runde auf Magie. Okay. So. 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 Hopp. Nehme dich da hin. Bruck da. noch eine Eichel, wieviel Schaden machst du? 21 Wir sind bei 20 Schaden Mist, naja, au, au ich muss lernen gerade zu sitzen weg die maske müssen wir loswerden dringend du machst jetzt wie viel schaden 65 pump ich glaube ich komplett überhand oder schmiede lockt zu einer rüstung hinzu schaden zu waffen natürlich zu einer schütze bei und keine rüstung oder heißt wir gehen kurz noch mal zum händler haut die maske weg bringt uns gar nix da müssen knappe gute stunde noch die die hier hinten oder anfängt mit liebsten nehm ich doch alles was er liebst weg ausrüstung haben wir genug das ist jetzt eher so optimal das ist jetzt der schaden 23 29 2 Schaden für jeden. Achso, für 2 Schaden. Ja, besser als nicht. Lock. Lock. Hätte die Heilung spielen sollen. Und weg. Wärts. 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 Wir Hmm. Wärts. Wärts. Den ersten anzugreifen wäre Blödsinn. Jetzt gehen wir erst mal auf dich. Bequerfen. Und hauen uns jetzt noch ein bisschen block rein. Das heißt, den hier hinten kann man wegmachen. Den vorne hätte man sowieso nicht weggekriegt. 48, kriegt man überlebt. Du, du, du. Aber nicht viel Schaden, der da rumkam. War ich grad blöd? Böden. Ja. Rüstung. Rüstung. Essen. Heilung. Bedrohung. Ich glaub ich hab weggewoven, bevor es komplett war. Wir können dich noch hier hinspielen, dann hier Rüstung, da Rüstung wegwerfen. Wir können dich spielen. Der Schwert macht schon einiges. Nein, wir brauchen den Tantzapfen nicht mehr. A.I. Snacksen. Ich komm. Oh, oh. Sechstens. Was? Tot? Oh, au. Aua. Och, lass uns nicht an so einem Müll jetzt verrecken. Oh, Schneck 1. Soll weg. Danke. Schneck 2 kriegt den Gegenkopf gehauen. Ich will noch mehr beschwören. 42, tschüss. Block 2 Heilung. Soll ich es nicht richtig zielen können. So, jetzt wäre es schön, weil ich es noch wegwerfen könnte. Aber geht nicht mehr. Ich habe halt leider den Helm nicht. Das war's. Nicht. Wer ausweicht. Schnecken sind meine Hassgegner. Ich war's. Ich war's. Das war's.